Liebe Mitbürger, die Grundsteuerreform in Baden-Württemberg ist zutiefst unsozial. Warum ist das so? Der Wert der Immobilie geht nicht in die Berechnungen der Grundsteuer mit ein. Ältere Häuser, nicht mehr ganz neue Bestandsimmobilien, werden im Regelfall deutlich höher besteuert zukünftig. Neue Häuser und Wohnungen dagegen werden normalerweise eine geringere Grundsteuer zahlen müssen. Oder bildhaft gesprochen, Omas Häuschen wird deutlich höher besteuert, die Villa mit Pool wird dagegen entlastet. Deshalb können wir Ihnen nur dringend raten, gegen den Grundwertbescheid, der jetzt von den Finanzämtern verschickt wird, Einspruch einzulegen. Dies ist die einzige Möglichkeit, im Rahmen dieses Prozesses Einspruch einzulegen. Ein Musterschreiben dieses Einspruchs finden Sie hier bei uns auf dieser Seite.